Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 2. März. Heute haben wir dabei Google und Facebook. Ja, ganz viele Google News, ganz viele Facebook News. Beginnen tun wir mal mit Google. Die Google-Suche. Die soll jetzt öffentliche Profilkarten für Privatbenutzer bekommen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr nach einem Promi googelt, dann findet ihr rechts eine kleine Box mit Fotos, mehrkommt und ein paar anderen Infos. Und so etwas Ähnliches soll es jetzt auch bald für Privatpersonen geben. Google Plus lässt grüßen, wo man sich dann dementsprechend präsentieren kann, wenn man etwas zu präsentieren hat. Ja, ist auf jeden Fall, finde ich, ein ganz interessantes Feature. So ein bisschen wie ein aufgebieftes Telefonbuch vielleicht. Naja, warten wir mal ab, wenn es kommt und wie es dann wirklich ausschaut. Gut. Nächstes Thema von Google. Google hat mit Autoflip eine neue Open-Source-Lösung vorgestellt, die beim automatischen Reframing von Videos helfen soll. Was heißt das? Also, ihr kennt natürlich alle 16x9 oder 4x3 als Kantenformat, aber mittlerweile haben ja Telefone die schrägsten Kantenformate und dementsprechend sehen die Videos nicht mehr so toll aus und eventuell müsste man dafür, ja, sein Video entsprechend nochmal umschneiden, umkodieren. Und da kommt eben Autoflip von Google ins Spiel und Autoflip analysiert die Inhalte, ist also ein bisschen intelligenter und erkennt, was ist wichtig, worum geht es und passt dann dementsprechend das entsprechende Kantenverhältnis an. Das Ganze ist ein Framework und, ja, ich finde, es macht erstmal Sinn. Nichtsdestotrotz, ja, auf jede Kantenlänge, Format, Variante zu gehen, ist jetzt natürlich auch ein bisschen Irrsinn, aber zumindest die populären sollte man bedienen. Nächstes Thema von Google. Der Google Play Store. Der bekommt jetzt auch einen Dark-Modus, beziehungsweise drei neue Modi. Einmal der klassische Light-Modus, also es ist alles hell, dann der Dark-Modus, es ist alles dunkel, logischerweise, und dann noch ein System-Default, sprich, wenn euer Telefon auf Dark-Modus gestellt ist, oder auf Light-Modus, dann passt sich einfach der Play Store entsprechend an. Ihr müsst also in dem Play Store extra sagen, wie ihr es haben möchtet. Es orientiert sich am System. Finde ich eine gute Sache. Ja, eher kleineres Feature, und man braucht es nicht unbedingt. Ja, genug von Google, jetzt ab zu Facebook. Der Facebook Messenger, der wird endlich entschlackt, denn bislang wurde er ja eher immer wieder aufgebieft mit neuen Features, und ja, mittlerweile war es schon fast eine kleine eigene Plattform, und jetzt wird eben wieder alles zurückgenommen, sprich, das Entdecken-Tab soll verschwinden, die Chatbots und auch die Instant Games, und schauen wir mal, was da noch so alles passiert. Auf jeden Fall soll es wieder ein purer, klarer Messenger werden, und ich finde es im Prinzip gut. Ich finde den Messenger eh relativ interessant, auch für die Kundenkommunikation, aber auch unter Freunden kann man die natürlich nutzen. Und nächstes Thema von Facebook. Die 3D-Fotos, die wurden ja 2018 vorgestellt, und die setzen eigentlich zwei Kameras voraus, also eine Dual-Kamera, und dann wird das entsprechende Foto in verschiedene Ebenen unterteilt. Mit der zweiten Kamera kann diese Funktion entsprechend die Distanz ermitteln, und dementsprechend hat man dann diesen 3D-Effekt in den Facebook-Fotos. Und das wird jetzt auch auf normale Einzelkamera-Telefons ausgeweitet, sprich, fast jeder, in Anführungsstrichen, der ein modernes Telefon hat, wird dann in der Lage sein, 3D-Fotos auf Facebook zu veröffentlichen, sprich, alle Google-Pixels werden es wohl können, und alle iPhones von 7 an. Und wer da Spaß dran hat und keine Dual-Kamera, der kann sich jetzt entsprechend freuen und das entsprechend dann nutzen. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Wie gesagt, nur Google-News, nur Facebook-News. Ich hoffe, wir haben morgen noch ein paar andere Firmen und Themen dabei, und bis dahin, kommt gut in die Woche, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.